Herr Programmierer, wem würdest du eine Ausbildung zum Fachinformatiker empfehlen? Puh, ja, also willst du das wirklich hören? Ja, natürlich, hau mal raus. Also, wenn du jetzt gerade von der Schule gekommen bist, zum Beispiel deinen Realabschluss gemacht hast, jetzt einfach noch viel Zeit hast, dich allgemein für Computer interessierst, dann kann eine Ausbildung zum Fachinformatiker das Richtige für dich sein. Du lernst jetzt nicht so viel und nicht so extrem schnell, aber wenn du in einem guten Unternehmen bist, dann sammelst du trotzdem sehr viele Erfahrungen und das kann eine ideale Voraussetzung sein für eine tolle Karriere in der IT. Okay, und wenn ich nicht mehr so jung bin? Dann würde ich davon ehrlich gesagt abraten und jetzt auch nicht so was wie eine Umschulung zum Fachinformatiker machen. Und warum? Weil da ganz oft sehr, sehr wenig in sehr langer Zeit gelernt wird.